Die stark steigenden Preise machen einen großen Teil der Medienbranche zu schaffen. Energie und damit auch Papierpreise steigen in Lichterhöhen, was sich mit Mehrkosten im Millionenbereich und zu mancher schlankeren Zeitungs- und Magazinausgabe bemerkbar macht. Der Ruf nach finanzieller Unterstützung durch die Politik wird immer lauter. Zitat Unterstützung wäre überaus willkommen und wichtig, um die Produktion von Zeitungen und Magazinen sicherzustellen, meint Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Verbandes österreichischer Zeitungen gegenüber der APA. Eine Tonne Zeitungsdruckpapier kostet mittlerweile rund 1.000 Euro, womit eine Verdopplung innerhalb eines Jahres vorliege. Wolfgang Zekert, Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich, spricht angesichts der steigenden Papier- und Logistikpreise von einem Wahnsinn. Man kann die Mehrkosten faktisch nicht mehr kompensieren, sagt er gegenüber der APA. Speziell Gratis-Zeitungen sieht er mit einer besonders schwierigen Situation konfrontiert. Fehlen doch Aboerlöse und könne an diesen auch nicht geschraubt werden. Er ergänzt, wir warten darauf, dass die Politik endlich ein Zeichen setzt. Auch im TV-Markt macht sich die Teuerungswelle inzwischen bemerkbar. Der ORF meint dazu. Die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen wie steigende Inflationsprognose, unerhöhte Strom- und Energiepreise stellen den ORF vor große finanzielle Herausforderungen, heißt es aus dem öffentlich-rechtlichen Sender. Die Kostensteigerungen könnten aus heutiger Sicht einnahmenseitig nicht kompensiert werden. Gearbeitet werde daher bereits an einem umfassenden Maßnahmenpaket, welches zu Entlastungen führen solle, um trotz schwieriger und unvorhersehbarer Umstände ausgeglichen zu bilanzieren, wie der ORF mitteilt.